Giovannis Trading Chancen am Donnerstag, 13. Juni. Der DAX verschnauft momentan ein wenig, aber ich habe dennoch den DAX Ausblick für euch. Zwei Trading Möglichkeiten bei den Devisen und natürlich die ein oder andere Aktie auf der Watch. Seid gespannt und schaut euch das vollständige Video an. Wie immer einfach dafür für Giovannis Trading Chancen registrieren.